Die Erlebnisterme Amade in Altenmarkt sorgt mit über 1300 Quadratmeter Wasserfläche, elf Becken, fünf Themensaunen und Verwöhngastronomie für einen unvergesslichen Tag mit der ganzen Familie. Neben einer fünf Meter hohen Wasserkletterwand, Sprungturm und Wellenbecken warten mit Looping und Trichterrutsche einzigartige Action-Highlights für all jene, die den besonderen Adrenalinkick suchen. Entspannungshungrige genießen das traumhafte Saunaareal mit fünf Themensaunen, Sohlebecken und herrlichen Panoramablick in die Pongauer Bergwelt. Im Herbst besuchen Sie die Therme übrigens wieder zum Aktionspreis. Entweder mit der 55 Plus Aktion, der Familienaktion oder der Abendkarte ab 19 Uhr. Das gibt es nur in der Erlebnisterme Amade in Altenmarkt.